Halleschön, liebe Freunde, hier ist euer MacGyver und Samantha. Wir spielen wieder ein nächstes Spiel in Affenrätsel. Das ist die dritte Ausgabe davon von Affenrätsel. Ich hoffe, euch hat die anderen beiden Dinger schon gefallen. Und wir werden jetzt wieder ein neues Rätsel spielen. Und wir fangen natürlich an, die Affen einzusammeln. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder ein Schloss für. Und eine Frau haben wir. Ich will das bitte weg haben. Dankeschön. Und wir fangen mal an. Erstmal mal gucken, was hier so schönes ist. Hallo. Hallo. Ich hoffe, dass wir 20 so viele Flaschen haben. Die können wir wahrscheinlich alle schön einsammeln, die Gläschen. Schön alles einsammeln. Da oben ist ein Affe. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. So, was haben wir jetzt hier schon? 14 Stück erst. Hammer, Gasmaske, irgendwelche Dinger haben wir. Eine Gasmaske. So, hier krimiere ich auf. Ich möchte mal den Haftsalz mit. So, die will. Ah, die will so eine Gasmasse, so ein Anzuchsmussel haben. Haben wir das schon in den Rucksack? Noch nicht so richtig, ne? Ich glaube, das ist irgendwas, was wir kombinieren müssen. Ah, das hat schon gereicht, das Gasmaske. Und der kleine Äppchen hat sogar eine Abpulle. Super, so weit haben wir das schon mal geschafft, dieses Ding. Die kriegen wir ja nicht aufgesammelt. Nein, kriegen wir das geöffnet auch nicht. Wunderbar. Kann man die nicht schon reinlöpfen? Ach toll, jetzt steht noch Schießpulver. Nein, ganz einfach, ne? Ganz einfach. So, was willst du denn haben? Der möchte so ein Getränk haben. Haben wir nicht so eine braune Flasche? So eine... Braune Flasche haben, oder? Jetzt habe ich noch eine Kugel zu haben. Jetzt habe ich wieder kein Schießpulver. Gut. Und kein Metall. Ja, ich muss Schießpulver nur herstellen. Okay. Stein. Ah, die hält. Green Liquids. Nein. Ich werde ja auch das Brot brauchen. Du hast jetzt Weiß weggemacht. Hätten wir jetzt Weiß und Blau, hätte ich hier noch die Grün, Weiß, Rot, Blau. Aber die Affen immer. Ich werde es aber eh... Es hat uns eh Grün gefällt. Okay, machen wir das mal hier, ne? Oh, ich brauche ihn gerade unten. Was ist das hier? Okay, das mache ich auch nicht. Damit fällt uns ein paar Rätsel. Was wollt ihr jetzt haben? Meinst du, das könnte das Liquid sein? Nee, aber es ist braun, ne? Das ist ein Liquid, aber braun Liquid. Oh, da versuchen ich das zu geben, das was wir hier haben? Ja, es wird nichts weggegeben. Ja. Wir müssen die zusammen mischen, alle. Ja, die kann es ja nicht nehmen. Die? Die brauchen noch Rot und Blau. Okay. Die können wir nicht rein tun. Dann versuchen wir hier noch einen Schlüssel. Guck mal, hier haben wir den Weiß und Blau. Du brauchen aber Rot und Blau. Das ist so eine weiße Apfel. Ach so, wieder. Ah. Ja, ein Kot ist das bestimmt aus. Ja. Den Kot? Nee, wohl kaum, ne? Wohl kaum. Jetzt hätten wir hier schon jetzt schon fest. Hallo, jetzt friert das Ding doch in sich ein, Mann. Nee, Moment, ich hab da noch was gesehen. Ach so. Wir haben hier jetzt noch einen Hammer. Was kann man mit einem Hammer zerschlagen? Ich friere das jetzt nur eine ganze Minute. Das heißt, hier einzufrieren. Ich brachte das Land, Willi. Ich versuche das hier. Hm. Wohl nicht, Maus. Hammer vielleicht kombinieren? A, C, I, D, Maus. So, ich hab ihn. Ach so, das sind die Ds. Hm. Wo kaum, ne? Das wird heute auch abends nicht mit rein, mit irgendwie mach mal Viecher zu, Dings zu spreken oder so. 1 bis 5, Maus. Kannst du für nichts. 1 bis 5. Ja, aber dadurch verlieren wir ja auch wieder ordentlich, ne? Und nur, weil du nicht auf den Server kommst. Hm. Weil die alle der Meinung sind. Und du? Ja. Die ist wieder toll nett. Ne, war eine tolle Idee, aber wohl nicht. Willst du haben wir irgendwie, keine Ahnung? Wir haben die 91, 93, 93 und die 94. Ja, wahrscheinlich hab du fertig. Ja, ich hab's bestimmt noch. So, ich schmeiß raus. Wo schreibt die 94 auf? Mal den Korkopf an. Kannst du bei dir ausbrennen lassen, Felix. Hm. Den Waffen, da machen wir Kohle drin. Hallo. Sechs Stück. Eine sexy Kombination. Nur noch wunderbar. 919293. Hallo, jetzt hör doch mal auf hier. Es gibt ja keine Zahlen, die ich eingeben kann. Stimmt. Die Idee war super. Aber es hätte doch sein können. 3, 9, 3, 9, 2, 9, 1. Oder 9, 1, 9, 3, 9, 2. Ja, so. Ah, das ist nur 1 plus 5. Wir hören hier fest. Wir haben noch das. Oh, nein. Ich mach das. Okay, Maus. Dann machen wir jetzt was ganz Schlaues. Ist das Schlimmert? Oh nein, nicht. Komm. 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 Komm mit dem. Oh, wie garnicht. Okay. Hast du es gesehen? Da war sofort... App. Sonst könntest du das, dass du irgendwie kombinieren könnt. Damit? Ne. Das kannst du nicht, weil das wir doch noch brauchen für den 20 Komponoren. Das macht die jetzt drin. Oben. Du kannst das nicht machen, das nicht machen. Grün. Und du kannst auch nicht das Grün und Weiß. Ja, wir brauchen noch Kohle. Ich hab hier den Topf rein. Topf rein, gleich aber ein Dünntopf hier. Deswegen... Hier rein? Hier. Ich mach jetzt doch den Kopfkopf draußen voll und lass ihn ausbrennen. Das heißt, wenn du Grün und Rot zusammen mischen. Was? Grün und Rot zusammen mischen. Kann ich bringen? Das kann ich doch nicht machen. Oder Rot. Ja, aber wer wird Braun haben? Der? Ja. Aber wie mische ich denn Rot und Grün zusammen? Ja. Mit dem Hammer grün zerschlagen ist dann da runterlaufen und dann ist es braun. Ja. Der Hammer kann ich nicht viel machen. Ja, weil 77 Leute... Überleg mal. 70 Leute sind auch gerade Dings. Aber auch den Schlüssel haben wir nicht. Den Code haben wir auch irgendwie. Ja, aber überleg ich mal. Ein 4-Stelligen-Code habe ich auch nicht. Überlastet. Ein 4-Stelligen-Code. 1,2,3,4. Ich bringe die Hörer. Ich bringe die Hörer, dann hätte ich mich jetzt sogar auslennen müssen. So wäre ich jetzt unterwegs irgendwie, weißt du? 1,2,3,4. Bei so einem Zeit scheiß kann ich nur noch lank. Ich durch die Werde. Frei mal niss. Der 1,3,2,4. Soll ich jetzt schlecht kriegen. Der 1,3,3,4. Wäre einfacher gewesen sollten. Hm. Ah, schade, ich dachte, die Brille ist erschlagen. Nein, auf die Nuss haben wir gesagt. Ja. Das ist auch kein Plan mehr, ne? Das hat bestimmt was mit der Tee noch zu tun. Ja, hier brauchst du den Schlüssel, das siehst du selber. Hier hast du dann einen Code, den ich nicht anziffern kann, obwohl... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8... Und damit verabschiedige ich für dieses Video. Ich glaube, ich komme heute noch nicht mehr drauf. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Und immer daran denken wir sie nicht fix. Nein, wir sind die Foxys. Ja, ich habe ja gesagt... Ja. Ja. Ja.